Ich habe gerade im Hauptmenü gesehen, auf einmal habe ich nur noch 77 Tüten. Ob die wiederkommen, ob die irgendwann verfallen? Mal gucken. Aber erst einmal, hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Das ist echt nicht mehr witzig, Jack. Sag mal Jack, wie viele Russen brauchst du noch? Ich bin... na warte. Warum? Ja, wolltest du nicht diese komische Matroschka haben? Ich habe die Matroschka schon. Ach, ist das okay? Die Bomben sichern. Hey, hältst du mich für so schlecht? Ich mache die Luken zu. Drohne war schon hier unten, fährt hoch. Schockdrohne, die haben Twitch, die haben Twitch. Ich habe die Schockdrohne. Über den beiden Bomben ist gleich zu. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Zehn Sekunden. Nur noch fünf Sekunden. Achtung. Die Gegner haben eine Bombe befunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Spul nochmal zurück, Jack. Warum ist hier offen? Die Willkommensmitte liegt aber sehr auffällig. Jetzt macht der Tatschanka dazu. Ich fass es nicht. Guh hinten beim Cockpit. Unten kommt jemand an. Was macht ein Echo denn da oben die Wand zu? Der ist doch bekloppt. Hier ist schon Richtung bei der B-Bombe? Da ist niemand mehr drin, Mist. Er zeigt dir den Kopf beim Nadel rausziehen. Ehrlich. Ist der Echo schon tot oder ist er Echo behindert? Echo ist behindert. Der hat oben dir die Wand zugemacht. Knock ist weg. Der Miet macht auf. Lass das. Lade nach. Der rafft nur noch einen Gegner durch. Jetzt zurück in die Kamera. Halt dir die Nagel vor. Wie gefällst du? Letzter Gegner ist bei Echo. Letzter Gegner ist bei Echo. Ach so, ihr seid nicht mehr da. Keine Bums, Alter. Ach, jetzt weiß ich, was ich immer kaputt gemacht habe hier beim Kontaktgrenade einsetzen. Die Kamera oben. Gott, weiß ich jetzt endlich Bescheid. Dann mache ich da jetzt nicht mehr kaputt sein. Ja, Alter. Nebenan. Endlich Rätsel gelöst. Das war nicht die Serafino-Steu-Sender. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Draußen, Hocker. User left your channel. Tschüss. Warum? Jack, bist du noch da? Serafino. Noch da, ja? Wer sitzt? Ach, Jack, okay. Die sie rausgehen. Was kommt davon, wenn man mit zu viel Bildschirm-Homespiel checkt? Na, du hast es gefunden. Hallo. Ja, Moment. Ja, ich bin ein alter Mann. Ich kann nicht so schnell. Was ist jetzt die Entscheidung? Entweder machen wir jetzt eine zweit-ranked-Writer oder du spielst Casual. Bist egal. Du kannst ruhig mit den anderen Boys spielen. Casual. Wir müssen da eine Bombe aufspüren. Wie, du hast ihn jetzt? Freigeschaltet. Für die anderen interessant. Diesen hier im Besprechungszimmer. Frau Frost haben sie auf. Achtung, eure Räume hat eine Bombe lokalisiert. Das kannst ja Zervo-Vistia spielen oder so. Ich kann gerade Runde zwei. Die haben die Gabschraube. Das kannst du auch sein lassen. Was spielst du eigentlich mit Hydra? Spielst du diese komische Battle-Einsatz in 10 Sekunden? Ja, das... Oder spielst du diese komischen... 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ich habe mit dem ein bisschen privil gespielt schon, ja. Bombe gefunden. Gehen sie mal um. Guck mal zu mir. Wann bist du denn? Weg. Bist du das Bohren? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte doch mal. Komm zu mir. Guck mich an. Einer geht zum Heck vom Flugzeug. Heckflugzeug. Oh. Komm nochmal zu mir. Jack, ich hoffe, deine Teemate zutreuen. Komm doch nochmal zu mir. Dreh dich um. Du musst dich umdrehen. Grafina, dreh dich um. Frau Frost und spritzen wir uns zusammen da. Draußen? Nee, oben am Flügel. Ist nah genug. Kommst du mit die Leiter hochgeklettert? Dann, ja. Also ich. Was ist dich beruhigt? Kommst du? Ich bin noch zu faul. Ich guck mal, wie er mit dem Cockpit ist. Du musst lauten. Du musst dabei laufen. Cockpit sieht sauber aus. Wenn Jack jetzt stirbt, dann weißt du, dass das Cockpit nicht sauber war. Na, rauch. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Deck mal oben ab. Die schlimme Tante ist aber noch da. Hier ist sie bei mir. Hab sie. Können voran. Das ist hinten beim Raum. Beim entscheidenden Raum. Ja, ist direkt rechts. Rechts ist der Spot drin. Und doch einfach. Direkt rechts. Meine Drohne ist auch viel zu weit weg. Mein Seraphina, wirf eine Drohne. Ich finde jetzt eine Willkommensmörte. Ah, ist einer. Ich hab sie wirklich gefunden. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Rechts. Der ist unter der Luke. Der ist unter der Luke. Der ist unter der Luke. Ich hab die wirklich noch vorgesehen. Oh, mein Scheißer. Oh, mit Rolle aus dem Stand. Ich hab doch noch aufgeregt angezogen, ey. Weil, weißt du, wie hättest du noch nicht meine Fläschens verbraucht? Ja, dann hätte ich vielleicht mehr machen können. Dafür war die Willkommensmörder ganz schön gut getarnt. Jetzt noch hier unten war der echt unlucky man. Dann hat die neue Operation wenigstens gebührend begonnen. Was ist jetzt eigentlich? Spielst du jetzt schon, oder? Wartest du, oder? Warte, ich warte. Wir haben noch vier Runden vor uns. Ja, das ist cool. Das blanken Hasse sind ja gemeint. Ich mach die Luke mal hinzu. Achtung, Yoka ist bei Serafina Ich bin weg, geh mal kurz weg Mann, das ist meine Schuld. Nein, die geht ja immer noch kaputt. Nee, es war was anderes. Warum ist eigentlich meine Echo-Drohne kaputt? Dann war das bestimmt deine. Ging die hier bei dem Loch, wo ich gerade stehe? Da ist eine Kontaktgranate geflogen. Nein, meine Echo-Drohne kann nicht kaputt gegangen sein vom Gegner, weil die mit bei uns im Objektivraum war. Ja, MG hat doch gerade was gesagt. Bei meinem Loch hier. War die bei meinem Loch? Wenn ja, dann Kontaktgranate. Ech, haben sie. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Cup-Kamin werden gefunden. David, tänzt du eigentlich vorgeil? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ein paar Mal mit ihm gespielt, aber so glücklich, nee, wieso. Weil du echt was verpasst hast. Was du ihn verpasst? Heute, oder was? Heute war er auch nicht da. Generell, seine Person ist sehr, sehr creepy. Ach du, ich habe schlimmer aus. Ich habe schon diese komische Gestalten kennengelernt, da. Das ist geil. Läufst du mit ihm und er stirbt, bist du dran schuld. Bis du woanders und er stirbt, bist du dran schuld. Hat was von Zarek. Hm. Ja, Raffina, da ist keiner. Links, links, links an deinem Stacheldraht. Genau da. Noch wieder Fuse. Ich habe es dir gesagt. Ja, ist okay. Ich habe es dir gesagt. Ist okay, da hängt aber noch einer und zwar IQ. Entschärfer ist bei mir. Ah, seid weg. Stimmt, ja. Ja, der muss entweder den Entschärfer holen oder mich umbringen. Der Entschärfer liegt bei mir. Entschärfer liegt aber bei mir. Der muss mich finden oder den Entschärfer mitnehmen. Und wenn er zum Entschärfer will, nimmt er mir mit. Das schafft er niemals. Sucht er mich. Oh, jetzt bringt er mich um. Oh, doch, das ist jetzt Gas. Wo spawnst du denn? Bei dir. Ja, wo? Weiß ich noch nicht. Wo spawnst du? Warte. Wo man beim Cockpit hochgehen kann. Da spawnen wir. Also vorderer Serviceeingang. Alles klar. Vorderer Serviceeingang. Vorderer Serviceeingang, okay. Bin bereit. Und in Form. Da ist schon wieder Blitz. Was soll denn das heißen? Hat zwei damit umgebracht. Ja, aber er soll seine Blitzladung aufheben. Das ist eine Flashladung. Im Flashladung. Ich spiel Blitz nie. Du weißt gar nicht, was gut ist. Du nicht, Check. Check, mach deine Schildkrötenformation endlich mal. Das findest du wieder lustig, ja? Das findest du sehr lustig. Keller ist sauber. Das ist der Keller. Keller ist immer ganz unten, Check. Außer Erdgeschoss. Basement ist ganz unten. Das ist doch Keller, Check, oder? Das war die Amnesion. Hip Hop Pop. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden. Ich glaub, zum Flügel rennt dir wieder jemand hin. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Bock ist der Letzte. Ja, haben. Markiert. So, ganz hoch jetzt. Der Blitz. Jetzt gehen wir da rein. Na gut. Achtung, Seraphina, ich geh runter. Mache gar nichts. Ich bin nicht an die Leiter gekommen. Ich glaub, weil du da grad mit ran wolltest. Ich überlasse dir gerne den Vortritt. Ich deck mal Küche ab. Ich guck in der Küche nach hinten. Hinten ist jemand tot. Ich hab Jogheit zerstört. Lade nach. Das ist super. Dann noch Vision und Smoke. Lampkanate eingesetzt. Warum machst du nicht da auf, endlich? Lade nach. Da ist auch einer drin im Raum. Spezielle Ladung. Dann stirbt der jetzt. Jetzt seh ich nix mehr. Ach, komm schon. Nein. Das hat sich viel zu weit ausgebreitet. Das war anfangs noch nicht da. Der Rohr. Nein, am Anfang nicht. Da war die Ecke noch sauber. Wenn nicht, drohnen doch einfach Seraphina. Der ist bei Bravo drin. Hinter dir, hinter dir. Da, komm, entschärfer Mann. Guck mal da. Da ist er. Schießen um. Nein. Was ist denn mit den Leuten los? Der war doch markiert. Jetzt ist immerhin Match bei Runde 5. Bin die ganze Zeit Match bei. Na, aber jetzt so richtig mit Verlängerung. Nochmal gleicher Eingang. Wo spornst du denn? Vorderer Service Eingang. Vorderer Service Eingang. Jetzt haben wir doch so ausgemacht, Jack. Könntest du das bitte mit mehr Liebe sagen, dass ich auch weiß, dass, was ich hier tue, dass es auch gerechtfertigt wird? Aber wie fällst du denn eigentlich, du kommst auf die Drohne raus und schon kriegst du so ein schönes Foto? Keller ist wieder sauber. Das ist doch richtiges Spiel, Kind. Weißt du das? Wir spielen ja auch ein Spiel. Schlafzimmer, VIP-Schlafzimmer sind sie. Und Personalbereich. Ein Fragezeichen nach Kamerafrau. Oh Mann, Alter. Ist er geil. Geil ist er. Er will mich mit sich hier treten. Kapitän, ein Schärfer will den wir haben. Noch 5 Sekunden. Ja, gib, 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 gib. Kennst du das, wenn du ne Drohne hast und KI packt, dann ist die Spielladung aus und müssen die Spielladung zurückgehen? Pff, was? Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Der Schärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Er ist nicht länger in deinem Besitz. Nee, wir gehen checken daher, weil der stirbt sonst. Guck mal nach oben. Krieg ich dir erlaubt, dass ich ihn in der nächsten Runde erschießen dürfen? Hä? Ich hab keine nächste Runde. Zumindest nicht in dieser Partie. Keine Sorge, ich übernehme das gerne. Ich guck mal nach oben. Nein, ist der 4. Geflogen. Ja. Sind wir jetzt alle gestorben? Alle drei, oder? Ja. Scheiße. Jack hättest nicht... Ach nee, es war ja Kite mit seinem C4. Dass sie wie auf C4 auf deine Drohne werfen lassen können. Scheiße. Vielleicht hättet ihr auch einfach nur durch die Wand schießen müssen. Warum hast du da nicht durchgeschossen? Wollte ich gerade sagen. Weil ich im Gang war. Ach, Spiel. Das kann ich eigentlich markieren. Ja, ich war hier. Hast du die Killcam nicht gesehen? Was ist das denn? Hat der Killcam? Kannst du das sowieso nicht trauen? Hey, ich war im Gang an der Tür. Du warst an der komischen Wand. Das bedeutet, du bist einen Meter links versetzt vor mir. Ist okay. Alles gut. Nein, ist hier nicht okay. Ich will jetzt ein verdammtes Ja hören. Dadurch. Ey, der Blackbird ist doch auch komplett verkifft. Ich gucke durch die Kamera, aber da kann man durch markieren. Durch jemanden, der da tot rumliegt. Die Taggepi-Kamera. Wieder markiert. Jetzt müssten unsere Leute bald mal auf Gegner treffen. Ja, ich sehe ihn jetzt auch links. Schön, wie man hier durch markieren kann. Bist du auch hier, Serafina? Ja. Liegt auch jemand in deiner Sicht, oder? Aber man kann schön markieren. C4! Netzweg Kalt C4. Oder das von Störsendermann. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Jetzt legt sie los. Wie man die schön markieren kann. Denken sich auch, wo ist die Drohne? Serafina, so sieht man, so sollte man nicht spielen. Deck die Wendmark-Lugscheiße. Bitter. Bringt der 3 mit einer C4-Ladung um. Mann, hatte der es gut. Er hat sich primt gefreut. Und die Aktion mit Fuse? Die eine Runde als Verteidiger mit Läsion, die fand ich richtig toll. Schön reintappen lassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss.